Hendrik, erklär doch mal, wie die Scheiße ist, bitte. Ja, sie ist schwarz, ist braun. Sie ist schwarz. Was hast du zu einem geracht? Warte, warte, warte. Sie ist schwarz oder war braun. Ja, egal. Halt beides. Schwarz und braun. Ausgefleckt. Ja, und sie wurde... Und sie wird sehr gemischt mit... mit Hals, mit Hals, Alkohol und so, damit es besser flutscht. Alkohol, wenn du nur einen Klepper trinkst, bist du zu, ja, kann ich mir nicht sagen. Ich sage, mit Alkohol, der ist echt ein Bierflaschen los. Ja, ich trink Alkohol. Der wird von jedem Rauschig. Der war alles gerade. Der wird, wenn er eine Bierflasche ausschaut, ist er schon tot. Witten, der wird bei einem Kind, du eh blöd, ich bin das Zeug, wo er gerade das 0,000000001% Alkohol drin ist, haben wir echt der Rauschig. Das ist schon zu viel, was er? Wir haben kugelt, darum wäre alles gut zu sein. Hey, jetzt hat er mir jetzt schon erklärt. Ich bin ja übermorgen mit 25 SpaceCard. Echt? Ja, genau, gut.